ARD Text im Auftrag von Funk Hallo und herzlich willkommen zu den Extras zu GTA Re-Life. Das war die krasseste Antwort ever. Viel Spaß bei den Extras. Das sieht aus wie der Terminator. Das ist eine Kamera, Stefan. Ich kann Terminator. Okay, jetzt bin ich der Terminator. Alles kalt. Okay, wir sind jetzt hier am Bahnhof. Da müssen wir ein paar Schnittbilder filmen. Und ich habe zu Mochi schon gemeint, das soll so unauffällig mit der Kamera sein wie möglich. Und was macht er? Er baut das komplette Teil einfach auf. Das ist unauffällig. Total. Wir dürfen doch ganz mal hier filmen. Darf mir hier nicht filmen? Schreibt sie in die Kommentare. Es ist nicht. So was viele nicht wissen, wir werden heute in unser neues Büro ziehen. Ähm... Und zwar... Das ist unser neues Büro. Wie findest du unser neues Büro? Da oben ist... Ich geh mein Arbeitszimmer ab. Wir so... Weiß nicht. Der Ous kriegt uns staubig. Ist gerade modern von der Architektur. Nein. Aber man kann es ja modern einrichten. Da oben verfällt ja schon fast. Ja, aber da kann man doch unser Sofa reinstellen. Was sind heute für Leute am Boden? Die legen sich einfach da hinten hin. Unglaublich. Wir schauen jetzt hier gerade ein bisschen in unseren Stadtführer rein. Was man hier alles so erleben kann in Köln. Und man kann... nichts erleben. Wir drehen wir für die Tagesschau. So ist es. Wir haben unser kleiner Produktionswagen. So sieht es aus. Wir sind Profis. Wir haben mit der Kamera hier... Ach Fabian, du bist auch dabei? Fabian, wir senden dir direkt an YouTube. Yo, 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 yo. Der Christoph Krachten ist jetzt da. Und er hat den besten Job. Er ist der Gag. Er wird ihm halt zusammengeschlagen von dem Player. Gesteuert von Gronkh. Was? Davon hast du mir nichts gesagt. Und danach muss er sich ausziehen. Aber das weiß er auch nicht. Christoph, nein. Weißt du, was dieses Schild eigentlich aussagen soll? Gronkh stinkt. Ja, was? Aber was genau? Was steckt dahinter? Ähm... Was kann man ins Bild jetzt einlesen? Au. Richtig? Hab ich jetzt die Waschmaschine gewonnen? Die hast du gewonnen? Jaaaa! Du bist reich. Wuuuh! Was blut aus. Yo, Philipp, kennst du den noch? Dein Hemd passt dazu. So, jetzt müssen wir aber noch bezahlen. Tjo, da würde ich mal sagen, da hat eine Taube runtergekackt. So was. Der hat doch schon mal eine Taube auf den Mac gekackt. Da hat doch tatsächlich eine Taube auf meinen Mac gekackt. Das gibt's doch nicht. Aber darum geht's gar nicht, sondern um was viel Erfreulicheres. Wir haben nämlich die erste Folge und es werden weitere Folgen von GTA Real Life Köln abgedreht. Abgedreht. Ich hab's hinten. Oh je. Abgedreht. 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 Du hässlicher. B Ch權arda! Hier сталоzn tonnes. Abgedreht.